ja hallo und herzlich willkommen zu meinem tutorial über das einfügen von wegpunkten in den flugplan ja wie mir von einigen abonnenten mitgeteilt wurde kann man auch die wegpunkte an beliebigen punkten in den flugplan einfügen nicht nur eben an die letzte stelle und das auch bei meiner staffel einige leute nicht wussten habe ich mir gedacht dann mache ich noch mal ein kleines nachtrag tutorial und zeigt wie man das hier an beliebigen stellen machen kann mit dem wegpunkten dass man zum beispiel den wegpunkt fünf an zweiter stelle hat anstatt den an letzter hinzufügen aber lange rede kurzer sinn wir gehen einfach mal dort an die stelle ich gehe zum hsi und auch das ufc brauchen wir natürlich dafür dann wechseln wir einmal hier auf die data page und dann haben wir unter waypoint auf der waypoint seite hier natürlich unsere wegpunkt sequence die haben wir hier so drin und ich habe hier zum beispiel den fall dass ich keinen wegpunkt fünf habe und kein wegpunkt null die würde ich jetzt einmal nur schnell entfernen das braucht euch jetzt nicht zu merken das ist ja im anderen tutorial auch drin so und ich würde jetzt gerne fliegen ein zwei fünf drei vier das heißt ich möchte den wegpunkt fünf nach der zwei einfügen dann geht das jetzt folgendermaßen genau wie bei einem einfügen in der letzten stelle müsst ihr wieder auf insert drücken dann wählt ihr die nummer des wegpunktes nachdem der neue eingefügt werden soll wie hier möchte ich den nach der drei einfügen also zwei enter jetzt seht ihr insert blatt weiter ausgewählt und jetzt nehmt ihr die wegpunkt nummer des wegpunktes den ihr einfügen möchtet die fünf und enter jetzt könnt ihr sehen eins zwei fünf drei vier ich habe die fünf an dieser stelle eingefügt das noch einmal machen um noch das noch einmal zu zeigen ich möchte den wegpunkt nur nach der drei einfügen das könnt ihr das einmal im kopf mitmachen klar insert wegpunkt drei und nach der drei möchte ich den null einfügen enter und dass der wegpunkt drin ja ganz einfach geht es doch schade dass sie das im letzten tutorial nicht drin hatte aber so ist jetzt noch mal festgehalten als kleinen eintrag zu meinem tutorial über die wegpunkt editierung ja wenn ich das tutorial gefallen hat und auch meine anderen dann lasst mir doch ein like da und abonniert mich bitte und ja wenn ich sonst noch irgendwas erklären kann oder irgendwelche verbesserungsvorschläge habt immer her mit den kommentaren freut mich immer zu hören wenn es euch gefällt oder wenn auch feedback zu meinen folgen kommt ja dann vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten tutorial ciao